Es folgt die 46. Ein Oldenburger Fohlen aus der Zucht von Bernhard Schrapper in Grönheim. Geboren am 8. Mai, stammt ab vom Benicio, den wir aus seiner Sportkarriere noch unter dem Namen Calaos Benicio kennen. Der war derzeit das Bundeschampionat der 6-jährigen Dressurpferde in Wagenorf gewann. Das ist erst zwei Jahre her. Benicio hier angepackt an die Salina von Dormello und Sandro. Der Vater dieses Fohlen ist Benicio, stationiert auf dem Gestüt Famos im Asikio bei Grönheim. Ein Sohn des Bellissimo, ein Auslander Feld, das hört auf an der Kölnischen Stadt. Benicio, Maldomello und Sandro aus der Zucht von Bernhard Schrapper. Die Mutter Salina ist eine Staatsprämie in Stute und aus der Großmutter stammt auch der gekörte, unkomprie erfolgreiche Hengst. So, wie der kommt, meine Damen und Herren. Für den Typ, Aufgang 3. Ein Neubenburger Fohlen aus der Zucht von Bernhard Schrapper in Grönheim. Von Benicio und Lommel, die 46. Ja, da sind es, wir haben jetzt zwei dritte Metze im Grunde genommen. Beide mit der gleichen Punktzahl und dieses sehr schön aufgemachte Demicio Fohlen, Demicio, der Vater der Rheinischen Milissimo, der auch hier lebensreich gewirkt hat. Auch dieses Fohlen besteht vor allen Dingen auch, wenn der Lieblingsfohlen kommt, mit anderen Städten, gerade als er gemalt werden sollte. Ideal konstruiert, altosgemäß auch große Luft, gute Gelenke, gut angesetzte Haltung. Wir gehen zusammen vor allen Dingen auch sehr gut im Schiff des Fohlen und der Zürich und der Sicherheit an der Gönigend-Fohlen-Zeit. Sehr unglaublich auch. Herzlichen Glückwunsch.